Die 2024er Vignette für die Schweiz ist da. Der Verkauf für das Jahr 2024 startet am 1. Dezember. Seit August könnt ihr auch mit einer digitalen Vignette über die Schweizer Autobahn lüsen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Die Vignette der Schweizer war bisher ein Aufkleber, den ihr auf eure Windschutzscheibe klebt. Das geht inzwischen auch digital. E-Vignette, was ist das? Die E-Vignette ist die digitale Version der Klebevariante. Die Vorteile, die E-Vignette schont das Klima, weil kein Papier nötig ist. Außerdem ist sie an ein Kennzeichen gebunden. Das heißt, wenn deine Windschutzscheibe kaputt geht oder du ein neues Auto hast, kannst du die Vignette einfach weiter benutzen. Einzige Voraussetzung, dein Nummernschild bleibt gleich. Die Kontrolle der E-Vignette erfolgt übrigens stichprobenartig am Zoll. Euer registriertes Kennzeichen wird mit der Datenbank der E-Vignetten abgeglichen. Ihr braucht also eure E-Vignette nicht vorzeigen. Wo bekomme ich die Vignetten? Die Klebevignette bekommt ihr am Zollhaus, Tankstellen und Postämtern. Die E-Vignette könnt ihr auf der Internetseite e-vignette.ch kaufen. Die Vignetten sind 14 Monate gültig, also bis Ende Januar 2025. Für das Beantragen der E-Vignette musst du die Fahrzeugkategorie, das Zulassungsland und eben das Kennzeichen angeben.